Über die Jahre haben sich bei mir einige Smart Home Geräte angesammelt und im heutigen Video möchte ich euch gerne einmal zeigen, was ich so im Alltag verwende und welche Smart Home Gadgets, in diesem Fall für Apple Home Kit, ich empfehlen kann. Wenn dich übrigens Videos zu spannender Smart Home Technik interessieren, ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten in der Apple Home App einmal direkt ganz oben. Da sehen wir einmal Klima, dort können wir rauf gehen und sehen dann hier unter anderem die Temperaturen. Wir sehen Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Räumen, also hier zum Beispiel Dachboden, Büro, dann hier auch in der Küche für den Kühlschrank und so weiter. Also hier sind auf jeden Fall einige Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und so weiter mit angezeigt. Außerdem haben wir dann hier Lichtquellen, die aktuell an sind. Also in meinem Fall hier jetzt gerade in meinem Studio ist auch die Studiobeleuchtung eingeschaltet. Und dann haben wir außerdem hier bei Sicherheit aktuelle Türen, die geöffnet sind. Also wir sehen hier unter anderem das Garagentor, was aktuell auf ist und hier eben ein Fenster. Und da habe ich wirklich für jeden Raum, für jedes Fenster, für jede Tür einen Sensor und kann eben sehen, welche Tür gerade auf ist, welches Fenster auf ist. Bevor ich das Haus verlasse, kann ich noch einmal schauen, ob irgendwo etwas offen ist und ob ich dieses Fenster oder diese Tür noch schließen muss. Daneben befinden sich dann noch einmal Lautsprecher und Fernseher, also hier in meinem Fall einige Homepods im Büro, in der Garage, im Studio oder eben auch im Wohnzimmer, wo unter anderem auch ein Apple TV ist. Unter den Statusinformationen finden wir dann hier einige Kameras, die unter anderem in meiner Türklingel sind und dann noch ein paar Alu-Kameras, die eben mein Grundstück überwachen. Hier habe ich die Möglichkeit, diese ganzen Aufnahmen mir immer wieder anzuschauen, ich kann sie aufzeichnen, aber ich habe eben hier auch ein Live-View, in diesem Fall natürlich verpixelt. Aber hier habe ich eben einen sehr guten Überblick, hat gerade die Post geklingelt, wer steht vor der Tür, wer ist in der Nacht in meinem Garten gewesen und so weiter. Also hier auf jeden Fall eine Kameraüberwachung für alle Bereiche außerhalb meines Hauses. Darunter findet ihr dann einmal die Alarmanlage, die kann ganz einfach aktiviert werden. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht, wie ihr euch selber eine Alarmanlage mit Apple HomeKit erstellen könnt. Und daneben dann der Feueralarm, sollte also einer der Rauchmelder Alarm schlagen, dass dann entsprechend alle Türen aufgeschlossen werden, dass die Rollladen nach oben fahren und so weiter. Daraufhin finden wir dann einmal meine Favoriten, ich würde aber sagen, die überspringen wir einmal und gehen hier lieber in die einzelnen Räume, damit sich das Ganze nicht doppelt. Denn hier haben wir zuallererst einmal meinen Saugroboter hier oben, nämlich den Ecovacs T20 Omni. Und der hat natürlich keine HomeKit Unterstützung und daher nutze ich in diesem Fall HomeBridge. Das heißt, ich habe den nachträglich über HomeBridge hinzugefügt, was natürlich eine ziemlich coole Sache ist, weil man so Geräte, die eben nicht Apple HomeKit kompatibel sind, eben hinzufügen kann. Hier kann ich raufgehen und dann habe ich einige Optionen, nämlich hier reinigen, aufladen oder eben auch trocknen. Und das kann ich hier ganz einfach jetzt über dieses Schalter aktivieren, was ich sehr, sehr cool finde. Also da gibt es eben über HomeBridge sehr viele Möglichkeiten. Wenn ihr dazu mal ein Video möchtet, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Mache ich natürlich sehr gerne. Außerdem sehen wir hier einmal meine Heizungssteuerung über Tardo. Da ich oben Heizkörper habe, kann ich die eben hier ganz einfach drüber steuern. Die ist natürlich jetzt ausgeschaltet, da es schon warm genug ist. Und wir sehen eben die aktuelle Temperatur in dem Raum. Außerdem habe ich hier dann noch einen HomePod Mini für Musikwiedergabe oder unter anderem auch, wenn unten die Türklingel läutet. Am Beispiel vom Büro können wir hier jetzt noch einmal reingehen und dann seht ihr natürlich noch viele weitere Informationen, unter anderem hier die Temperatur, Feuchtigkeit. Dann haben wir hier wie gesagt ein Fenster und auch einen Bewegungssensor. Also hier sind noch in den jeweiligen Räumen einige weitere Sensoren und Informationen. Die werde ich aber jetzt nicht jedes Mal explizit aufrufen. Auf jeden Fall ist in jedem Raum eben ein Fenster bzw. Türsensor, den ich eben für die Alarmanlage nutzen kann, um zu schauen, ob irgendwo noch ein Fenster oder eine Tür offen ist. Oder natürlich auch für die smarte Heizsteuerung. Unter dem Büro befindet sich dann der Dachboden. Hier ist lediglich ein Thermostat. Dann haben wir hier einmal im Flur die Haustür. Das ist ein Nuki Smart Lock. In der dritten Generation finde ich super praktisch und nutze ich tatsächlich jeden Tag inklusive Keypad. Dazu findet ihr bereits ein Video auf meinem Kanal und wenn wir dann schon direkt hier weiter mit der Garage machen. Auch hier ist ein Nuki Smart Lock allerdings die Pro 4 Variante mit Meta Support. Dazu folgt noch ein Video. Wenn ihr das gerne sehen möchtet, dann lasst jetzt auf jeden Fall ein Abo da. Außerdem habe ich hier einen Garagentoröffner von Meros. Den habe ich ganz einfach verbunden mit meinem Garagentor und kann dieses jetzt eben per Siri schließen oder hier direkt auf dem iPhone öffnen. Und außerdem noch ein Homeport, damit man da eben Musik hören kann oder eben zum Beispiel auch das Garagentor per Sprachbuffet schließen kann. Darunter findet ihr dann einmal den Garten. Hier haben wir unter anderem die Outdoor Spots und die Terrassenbeleuchtung. Die sind von Gouvi und dazu habe ich bereits ebenfalls ein Video auf meinem Kanal veröffentlicht. Verlinke ich euch. Könnt ihr sehr gerne vorbeischauen und euch das noch einmal anschauen. Finde ich nämlich auch sehr schön, dass man eben mit etwas Beleuchtung im Garten noch gerade im Spätsommer oder abends das Ganze ein bisschen ausleuchten kann. Um eben sich noch länger draußen aufzuhalten. Der nächste Raum ist dann der Hauswirtschaftsraum. Hier wieder ein Nuki 3 Pro Smart Lock inklusive Keypad mit Touch. Das heißt auch hier kann ich ganz einfach die Tür öffnen oder schließen über das Smart Lock. Beim nächsten Raum handelt es sich um den Katzenraum, der eigentlich ein weiteres Schlafzimmer ist. Und hier habe ich aktuell lediglich Eve Rollladen verbaut, also Eve Shutter. Und dazu folgt auch noch ein Video auf meinem Kanal. Die habe ich bisher einmal hier installiert, um sie auszuprobieren. Und da sie bei mir kompatibel sind, werdet ihr dazu auch zukünftig noch ein Video auf meinem Kanal sehen. Ist nämlich wirklich super praktisch, dass man eben bestehende Rollladen noch einmal smart über HomeKit-Gadgets steuern kann. Daher auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Wie gesagt, da folgt bald ein Video auf meinem Kanal. In der Küche sehen wir nun unter anderem hier den Geschirrspüler. Und dort können wir rauf gehen und dann gibt es wirklich sehr, sehr viele Optionen. Unter anderem können wir den hier einfach starten. Wir können hier die verschiedenen Modi auswählen. Wir können sehen, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Auch Selbstreinigung, Vorspülen etc. Und das habe ich natürlich ebenfalls über Homebridge hinzugefügt. Das heißt hier kein offizielles HomeKit-Zubehör, sondern über Homebridge. Genauso wie der LG Kühlschrank. Auch dieser wurde per Homebridge hinzugefügt. Und da kann ich eben sehen, wie kalt dieser aktuell ist. Kann den tatsächlich einstellen. Habe hier die Möglichkeit, das Ganze anzupassen. Kann den Kühlschrank in den Echo-Modus versetzen. In den Express-Frieren-Modus, Express-Kühlen. Und habe das Gleiche auch hier nochmal für das Vierfach. Und das finde ich super cool, dass ich eben die Möglichkeit habe, hier den Kühlschrank ebenfalls über die Apple Home App einzustellen. Machen wir nun weiter mit dem Raum, in dem ich mich gerade befinde. Nämlich mit meinem Studio. Und hier ist lediglich Studio-Licht an. Wir haben hier ebenfalls eine Heizung über Tado. Und dann hier auch noch ein HomePod, damit ich eben die ganze Beleuchtung über eine smarte Steckdose ganz einfach ein- bzw. ausschalten kann. Und darunter befindet sich dann das Wohnzimmer. Hier haben wir einmal ein Smart-TV über ein Apple-TV. Auch hier über eine smarte Steckdose. Und ein HomePod, bzw. zwei HomePods, die eben für die Audio-Riedergabe über das Apple-TV zuständig sind. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir hier noch einmal kurz in die Einstellungen. Denn hier gibt es noch ein paar weitere Geräte, die ich jetzt nicht direkt gezeigt habe. Unter anderem seht ihr hier bei Jalousien und Fenster eben die ganzen einzelnen Räume mit den jeweiligen Sensoren, die ich hier angebracht habe. Dann haben wir hier einmal die Kameras und Türklingeln, die ich bereits erwähnt habe, die hier verbunden sind. Lautsprecher. Dann die drei Nuki-Schlösser. Und dann gehen wir noch einmal hier auf die Sensoren rauf. Denn da sind unter anderem auch die Rauchmelder hinterlegt. Also Wohnzimmer, Rauchmelder, Schlafzimmer, Kinderzimmer und so weiter. Dann den Briefkasten, ein Bewegungsmelder. Dann hier habe ich den Strompreis von Tibber hinzugefügt, um eben Meldungen zu bekommen, wenn dieser besonders hoch oder besonders niedrig ist. Außerdem haben wir dann hier die Steuerzentralen und Bridges. In meinem Fall hier einige HomePods und Apple-TV. Und dann hier unten bei den Bridges seht ihr, was ich alles verwendet habe. Nämlich einmal das Acara Hub für unter anderem eine Kamera und so weiter. Also da gibt es ja mittlerweile alles Mögliche an Zubehör. Da findet ihr auch einige Videos auf meinem Kanal zu. Außerdem haben wir dann hier die Alu-Station für die Kameras. Dann hier Homebridge. Wie bereits erwähnt, habe ich vieles per Homebridge hinzugefügt. Unter anderem dann hier einmal den Saugroboter, dann den Strompreis-Übertibber, die Outdoor-Spots von Guvi hier in der Küche, Geschirrspüler und Gefrierschrank und auch das Studiolicht, was ebenfalls von Guvi ist. Also hier einige Optionen, die man eben per Homebridge noch hinzufügen kann, was ich sehr, sehr cool finde. Außerdem haben wir dann noch hier die Tado Bridge. Und über Meros haben wir dann unter anderem drei Rauchmelder, aber eben auch den smarten Öffner für dieses Garagentor, was ich auch im Alltag wirklich sehr, sehr gerne nutze, da ich eben die Fernbedienung jetzt nicht mehr benötige, sondern das Ganze direkt über das iPhone machen kann. Wie ihr seht, habe ich einige Geräte in meinem Smart Home installiert und da sind auch noch weitere geplant. Wie bereits erwähnt, die Eve Shutter als nächstes etwas größeres Projekt. Da folgt dann auch zukünftig ein Video auf meinem Kanal. Und damit wären wir dann auch schon am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass ich euch einen ganz guten Überblick geben konnte. Schreibt mir mal gerne eure Lieblings-Gadgets, die ihr in eurem Smart Home nutzt, unten in die Kommentare. Vielleicht finde ich da nochmal ein paar spannende Inspirationen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und vergesst auf jeden Fall auch nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut! Bis dahin, macht es gut!